DM-Markt! Heute war ich endlich wieder im DM. Und ich finde ja, auf Mallorca fehlt der DM schon sehr. Deshalb eskaliere ich jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin. Hier habe ich so einen Make-up-Eihalter gefunden. Der musste auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir in den Champs geguckt. Ich habe gefühlt dann allen dran gerochen und ich wollte jedes mitnehmen. Und dann gab es so süße Make-up-Paletten. Und ich mache euch auf jeden Fall einen richtigen Haul auf YouTube. Und der kommt dann auch bald.